Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Serienfreunde. Es ist Montag, der 26. August und das bedeutet natürlich wie jeden Montag hier bei Serienflash Seriennews. Also holt euch ein Getränk, setzt euch gemütlich hin und los geht's mit den wichtigsten News aus der vergangenen Woche. Ja, meine lieben Serienfreunde, wir legen los und zwar im Business, denn The Librarians, the next chapter, die Spin-off-Serie zu The Librarians vom Sender TNT, ist verkauft worden und zwar an TNT. Ja, könnt ihr euch jetzt wundern, vielleicht habt ihr auch nie was davon mitbekommen, The Librarians, die Serie von damals, die wurde im Grunde mit einem Spin-off versehen. Dieses Spin-off sollte aber nicht bei TNT in den USA laufen, sondern beim Sender The CW und die hatten die Serie auch bereits für diesen Herbst angekündigt. Doch wie TNT nun offiziell bestätigt hat, hat man sich die Serie zurückgekauft und das ist wegen zwei Sachen enorm besonders. Eben einmal, weil The CW die Serie mitproduziert hat und das eben auch somit mitfinanziert hat und weil TNT eigentlich gar keine Eigenproduktion mehr anbieten sollte. Das hatte zumindest David Sassleff veranlasst, wodurch damals Snowpiercer die finale Staffel verkauft wurde, unter anderem an der AMC. Was jetzt hier eigentlich in Deutschland damit ist, kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen. Aber das bedeutet nun wiederum, dass TNT anscheinend doch wieder in Eigenproduktion investieren darf, allerdings wohl unter extrem Sparmaßnahmen, was auch immer das bedeuten mag. Wo The Librarians, The Next Chapter hier in Deutschland laufen wird, ist noch nicht klar. Dafür ist offiziell klar, dass Criminal Records wirklich eine zweite Staffel erhält. Davon habe ich euch im Grunde schon mal berichtet, aber Apple hat dies nun auch offiziell bestätigt. Kerst Jumbo und Peter Capaldi kehren in der Ermittlerserie zurück, in der es in der zweiten Staffel wohl darum geht, dass bei einer politischen Kundgebung ein rassistischer Anschlag stattfindet und Kerst Jumbos Charakter June versucht, den ja Täter zu jagen und vor Gericht zu bringen und dafür holt sie sich Hilfe bei Peter Capaldis Charakter. Ja, wann genau die zweite Staffel kommt, ist allerdings noch nicht klar. Und wir bleiben noch bei Apple, denn anscheinend bereitet Apple wirklich eine vierte Staffel zu Ted Lasso vor. Ted Lasso, Staffel 3, lief bereits 2023 und diese dritte Staffel hatte zwei Besonderheiten. Die eine war, das war plötzlich keine halbstständige Comedy mehr, sondern 60 Minuten Dramedy und das Staffelfinale fühlte sich wie ein Serienfinale an. Apple hat aber nie gesagt, dass die Serie nun mit der dritten Staffel vorbei ist. Nein, man hat sich das offen gehalten und zwischenzeitlich hieß es immer wieder, Tim Cook hätte Interesse daran, dass Ted Lasso mit einer vierten Staffel zurückkehrt. Und Bill Lawrence, einer der Co-Produzenten der Serie, der hat kürzlich noch in einem Interview erklärt, dass es an Jason Sotikis Ted Lasso-Darsteller läge, ob es eine vierte Staffel gibt. Und anscheinend kommt diese vierte Staffel nun. Sie hat zwar irgendwie noch kein grünes Licht, aber man scheint bei Warner, die die Serie für Apple produziert haben bisher, gerade die Verträge zu schließen. Zumindest erst einmal in UK, unter anderem mit Hannah Wartingham, Brad Goldstein und Jamie Swift, wo Zweiterer übrigens auch einer der Kreativen hinter der Serie ist. Die drei sind Mitglieder der Schauspieler-Gewerkschaft AQUITY und genau deren Verträge sehen vor, dass man einen längeren Zeitraum als Studio hat, nach Beendigung eines Jobs, um den Vertrag zu verlängern, um eine Vertragsoption zu ziehen. Und laut Deadline hat man das bei diesen drei Cast-Mitgliedern von Ted Lasso nun getan. Was der erste Schritt ist, um eine vierte Staffel zu bestellen. Und der nächste Schritt ist damit, dass nun die amerikanischen Darsteller-Darstellerinnen, wie zum Beispiel Jason Sotikis, ebenfalls mit ins Boot geholt werden. Die haben allerdings Verträge der SEC-AFTRA. Und darin ist die Vertragsoptionszeit nicht so lang wie in UK. Was bedeutet, man müsste mit allen Darsteller-Darstellerinnen, die aus Amerika stammen und unter der SEC-AFTRA, ja, Mitglied sind, neue Verträge verhandeln. Was bedeutet, die kriegen wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohle für die nächste Staffel. Aber ja, das Ganze wird wahrscheinlich ausgelöst worden sein, weil Jason Sotikis gesagt hat, wir können eine vierte Staffel machen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch darauf warten, dass Apple diese vierte Staffel offiziell bestellt. Und ganz kurz eigene Meinung. Ich weiß ja nicht, ob wir diese vierte Staffel wirklich brauchen. Die dritte Staffel war ein schönes Ende. Ich finde diese Serie großartig, aber sie braucht eigentlich keine vierte Staffel, oder? Und damit machen wir weiter in Cast & Crew. Erst kürzlich habe ich euch erzählt, dass der Bestseller der Regenmacher eine neue Serienadaption erhält, in der es ähnlich wie im Buch und im Film um einen Jura-Absolventen geht, der in seinen ersten großen Fall schlittert. Und das gegen einen Star-Anwalt. Vergangene Woche habe ich euch erzählt, dass dieser Star-Anwalt von John Slattery gespielt wird, während Madison Iceman dessen neue Angestellte spielt und Ex-Freundin des jungen Mannes, der im Mittelpunkt steht. Und genau jener junge Mann ist nun offiziell gekastet. Der frische Jura-Absolvent wird nämlich gespielt von Milo Galligan, der vor allem eher in so Episoden-Rollen zu sehen war, aber auch zum Beispiel als, ja, große Rolle in Spanish Princess. Er wird zu, im Grunde dem Nachfolger von Matt Damon in dieser Rolle. Aber nicht nur er wurde nun verpflichtet, sondern auch seine Chefin in der Regenmacher. Denn die wird von keiner Geringeren als Lana Perilla verkörpert. Ja, der Evil Queen aus Once Upon a Time. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die gibt eine richtig, richtig gute Anwältin ab. Wann genau der Regenmacher kommt, wo die Serie hier in Deutschland läuft, ist noch nicht klar. Auch Kelly Riley hat eine neue Rolle ergattert, und zwar in Undersault Marsh. Das ist anscheinend eine neue Sky-Thriller-Serie, die noch in diesem Jahr gedreht werden soll. Und davon handelt, dass Kelly Riley eine ehemalige Polizistin und jetzige Lehrerin spielt, die einen ihrer Schüler tot am Meeresrand findet. Und dieser Tod ist irgendwie in Verbindung mit dem Verschwinden ihrer Nichte von vor drei Jahren, als sie selbst noch Polizistin war, aber den Fall nicht lösen konnte. Kelly Riley, Beth aus Yellowstone, also mit einer neuen Rolle, die die Frage aufwirft, ob Kelly Riley damit aus dem Yellowstone-Universum raus ist. Denn, wie wir schon seit einigen Tagen wissen, soll an Yellowstone Staffel 5b, die in diesem November startet, eine Serie namens The Madison anschließen. Und bisher ist man davon ausgegangen, dass jene Serie die Fortsetzung ist, die einst als Serie 2024 angekündigt wurde. Eine Serie, die im Grunde Yellowstone fortsetzt, nur eben mit einem neuen Hauptcast, allerdings mit ein paar Cast-Mitgliedern aus Yellowstone, wo bisher immer noch nicht klar ist, wer denn dabei ist. Aber Kelly Riley kann es anscheinend nicht sein, denn die dreht jetzt erstmal was anderes. Müssen wir abwarten, was das bedeutet. Aber immerhin haben wir ein paar neue Cast-Mitglieder zu The Madison zu verkünden. In der neuen Serie geht es um eine Materialchen, deren Ehemann und Schwager bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen und sie daraufhin von New York City nach Montana zieht. Also die Gegend, wo auch die Yellowstone Ranch ist. Ob sie eine direkte Verbindung damit hat, das ist offiziell bisher nicht bestätigt. Ich vermute allerdings, dass sie eventuell die Schwägerin von Kevin Costners Charakter ist. Müssen wir mal abwarten, ob das wirklich so passiert. Klar ist aber, dass die Materialchen von Michelle Pfeiffer gespielt wird. Das hatte einst auch schon TV-Line gemeldet. Die hatten damals vor der offiziellen Bestätigung allerdings auch Kurt Russell und Patrick J. Adams mit der Serie in Verbindung gebracht. Kurt Russell ist bis heute nicht bestätigt, aber dafür nun offiziell Patrick J. Adams. Der ist nun Teil des Hauptcastes von The Madison und er wird einen Investmentbanker spielen, der allerdings noch nie so richtig rebelliert hat. Das ist so ein Typ, der macht genau das, was ihm gesagt wird. Und damit lebt er recht gut. Und das mit einer wunderschönen Frau, die allerdings einen Hang zur Eigensucht hat, so heißt es in der Beschreibung. Und genau jene Person wurde ebenfalls gecastet, und zwar mit Ally Chapman. Und genau jene wird eine der Töchter von Michelle Pfeifers Charakter spielen, die eben mit Patrick J. Adams Charakter verheiratet ist. Bedeutet, er ist der Schwiegersohn in der Familie. Und neben Ally Chapman wurde auch noch die Darstellerin Hugh Garrett gecastet, die wohl eine sehr eigenwillige junge Frau sein soll, die ja doch recht rebellisch ist und ihr eigenes Ding durchzieht. Michelle Pfeifers Charakter hat also zwei Töchter und eine davon ist verheiratet. Und anscheinend reisen alle drei, beziehungsweise alle vier mit Patrick J. Adams, nach Montana und müssen sich dann dort zurechtfinden. Wann die Serie hier in Deutschland startet, wo die Serie hier in Deutschland startet, ist noch nicht klar. Auch aus dem Hause Netflix gibt es Casting-News. Denn mit Matthew Riss hat man einen neuen, bekannten Darsteller für die Serie The Beast in Me gecastet. Das ist ein neuer Thriller mit Claire Danes in der Hauptrolle, die darin eine berühmte Autorin spielt, die sich allerdings aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, nachdem ihr Sohn gestorben ist. Wann jene Serie genau kommt, ist noch nicht klar. Dafür ist nun klar, dass das hier die neuen Cast-Mitglieder von One Piece Staffel 2 sind. Ja, hier sind einige neue Cast-Mitglieder hinzugekommen, wo ich als One Piece Unkenner allerdings nichts zu sagen kann. Und deswegen zeige ich euch hier einfach nur die Bilder. Und ihr könnt hoffentlich was damit anfangen. Also wer die jetzt einzeln sind. Und ich switche jetzt einfach schon zur nächsten Casting-News. Und die kommt aus dem Hause Disney Plus beziehungsweise Marvel Television. Denn, denn kein Geringerer als Ultron scheint zurückzukehren ins MCU. Warum, wieso, weshalb? Weil die zuverlässigen Branchenmagazine, Deadline, Variety und Hollywood Reporter vermeldet haben, dass James Spader in Vision Quest dabei ist. Und wen hat James Spader einst gesprochen im MCU richtig? Ultron. Und es macht durchaus Sinn, dass in einer Serie über White Vision im Grunde der Ursprung von ihm wieder mit dabei ist. Nämlich Ultron. Der einst eigentlich den Körper von Vision übernehmen wollte. Doch die Avengers dies verhinderten. Vision Quest ist eine Serie, die im Grunde die zweite Fortsetzung von WandaVision darstellt. Die erste ist Agatha All Along, kommt in diesem Jahr. Und die zweite ist Vision Quest, die sich dann komplett damit auseinandersetzt, was eigentlich mit White Vision passiert ist am Ende von WandaVision. White Vision ist im Grunde eine neue Version von Vision, allerdings neu erschaffen mit den Erinnerungen von Vision aus dem Hex. Und die neue Serie soll uns zeigen, was mit ihm passiert ist. Und da könnte es natürlich durchaus um seine Ursprünge gehen. Und eben, dass er vielleicht wieder auf Ultron trifft, der eventuell sogar aufgebaut wird, um dann auch im großen Finale nochmal zurückzukehren des Multiverse, also dem Multiverse-Saga. Ob James Spader aber wirklich nur spricht oder vielleicht sogar in Körperform dabei ist, das wird sich noch zeigen müssen. Vision Quest ist aktuell für 2026 geplant. Und damit lasst uns über ein paar neue Serien sprechen, wie zuallererst über Paris Has Fallen. Denn dazu wurde nun das erste offizielle Plakat gedroppt. Kanal Plus will die neue Serie nämlich anscheinend demnächst an den Start bringen, wann auch immer das sein mag. Und ja, jenes Plakat hier ist kein Fanplakat oder ein Plakat einer schlechten B-Movie-Kopie der Has Fallen-Reihe. Nein, nein, nein. Paris Has Fallen ist eine offizielle Spin-Off-Serie zur Has Fallen-Reihe mit Jared Butler, die bereits vor einem Jahr angekündigt wurde und anscheinend irgendwann bald bei Kanal Plus in Frankreich starten wird. Wir hier für Deutschland aber weder Heimatsender noch Starttermin haben. Aber es ist immerhin mal eine Erwähnung wert, oder? Paris Has Fallen erzählt uns wohl von einem Security eines französischen Ministers, der von einer Terrorgruppe ins Visier genommen wird und beschützt werden muss. Also ähnlich wie im zweiten Teil von London Has Fallen. Also im zweiten Teil von der Has Fallen-Reihe in London Has Fallen, wo Jared Butler den Präsidenten in London beschützen musste. Vor Ewigkeiten, vor Jahren, habe ich euch schon mal gesagt, dass man hinter den Kulissen der Has Fallen-Reihe vorhat, diese Reihe als Universum aufzubauen, mit mehreren Ablegern auf der ganzen Welt. Bisher hat allerdings nur Frankreich zugegriffen und Paris Has Fallen umgesetzt, in der angeblich auch Jared Butler einen Auftritt haben soll. Dies ist aber bisher offiziell nie bestätigt worden. Müssen wir also mal auf den Trailer warten. Und jetzt mal alle BoJack Horseman-Fans aufgepasst. BoJack Horseman und anderen Schöpfer Raphael Bob Wagsberg hat eine neue Animationsserie bei Netflix untergebracht, und zwar unter dem Titel Long Story Short. Eine Serie, die ähnlich wie BoJack Horseman eine Zeichentrickserie für Erwachsene sein soll und mit folgender Lockline angekündigt wurde. Es geht um die gemeinsame Geschichte, die Insider-Witze, die alten Wunden. Wenn Sie jemals eine Mutter, einen Vater, einen Geschwisterteil, einen Partner oder ein Kind hatten, ist diese Show für Sie. Und übrigens, würde es Sie umbringen, Sie anzurufen? Und was genau das bedeutet, wird sich zeigen müssen. Aber klingt für mich so, als würde man uns eine Familie in den Mittelpunkt stellen und mehrere Generationen erzählen. Wann die Serie genau kommt, ist noch nicht klar. Dafür ist nun klar, dass Anya Taylor-Joy und Netflix nach das Damen-Gambit erneut zusammenarbeiten. Und zwar für die Miniserie How to Kill Your Family. Basierend auf dem gleichnamigen Roman über eine junge Frau, die sich alleine mit ihrer Mutter durchschlagen musste, die einst eine Affäre mit einem Milliardär hatte, der sich aber an jene Affäre nicht erinnern möchte, weshalb er seine vermeintliche Tochter auch nie unterstützt hat. Und als dann die Mutter der vermeintlichen Tochter stirbt, nimmt sie sich die Familie des Milliardärs vor und bringt sie nach und nach um. Und diese junge Frau, die wird von Anya Taylor-Joy in der neuen 8-teiligen Miniserie von Netflix verkörpert. How to Kill Your Family, dann wahrscheinlich 2025 bei Netflix. Aber damit noch nicht genug in den Serienews für heute, denn Legendary lässt ab sofort an einer Pacific Rim Live-Action-Serie arbeiten. Nach den zwei Kinofilmen und der zwei Staffel starken Anime-Serie Pacific Rim The Black von Netflix arbeitet Legendary nun an einer Live-Action-Serie, die anscheinend die Entstehung erzählen soll. Was für mich danach klingt, als würde man uns erzählen, wie zum allerersten Mal Kaijus auf der Erde aufgetaucht sind und die Menschen anfangen, riesige Roboter zu bauen. Also das, was man uns so in Rückblicken ein bisschen erzählt hat in den Filmen, will man uns nun in Serienform präsentieren. Was eventuell bedeutet, dass wir erstmal noch nicht so riesige Roboter sehen, was vielleicht auch Geld spart. Eric Heisner, seines Zeichens unter anderem Mann hinter Shadow and Bone oder auch Autor von Arrival, der hat das Zepter der Serie in der Hand und das über seine eigene Produktionsfirma, die er kürzlich gegründet hat und kürzlich einen First-Look-Deal im Filmbereich mit Sony abschloss und nun einen First-Look-Deal im Serienbereich mit Legendary abgeschlossen hat. Und genau dieser First-Look-Deal mit Legendary hat nun eben dazu geführt, dass er eine Pacific Rim Live-Action-Serie umsetzt. Für wen diese Serie umgesetzt wird, ist allerdings noch nicht klar. Legendary hat zuletzt mit allen großen Streaming-Diensten gearbeitet, aber vor allem auch zuletzt mit Apple, mit denen sie oder für die sie ja gerade auch das Monster-Wars in Serienform ausbauen. Eventuell hat ja Apple auch hier Interesse daran. Damit kommen wir noch zur letzten neu angekündigten Serie für heute und zwar Secret Level. Eine neue Amazon Original-Serie, die erst kürzlich auf der San Diego Comic-Con still und heimlich angekündigt wurde, aber jetzt so richtig für Furore sorgte. Denn bei der Eröffnung der Gamescom 2024 hat Amazon einfach schon mal den ersten Trailer zu Secret Level rausgehauen und bekannt gegeben, dass die neue Serie bereits am 10. Dezember bei Prime Video startet und zwar mit allen 15 Episoden. 15 Episoden, die uns jeweils eine neue Story erzählen. Eine Story aus der Feder von Tim Miller, dem Schöpfer hinter Love, Death & Robots. Der herausragenden Animations-Antology-Serie aus dem Hause Netflix. Und ja, genau das ist das Besondere an Secret Level. Denn Secret Level scheint im Geiste von Love, Death & Robots entstanden zu sein. Allerdings mit einem Pluspunkt. Nämlich dem Pluspunkt, dass jede der 15 Episoden eine andere Spielreihe im Mittelpunkt hat. Also bekannte Marken wie Mega Man, Dungeon & Dragons oder auch Warhammer 40k. Der Mann, der uns also einst Love, Death & Robots schenkte, schenkt uns nun mit Secret Level das nächste Level an Anthology-Serien-Animationsformen. Und ich bin wirklich gespannt. Den Trailer habe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt und damit bin ich durch für heute. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut gerne bei Filmflash vorbei. Da gibt es die Filmnews. Bis dahin. Serial.